Hallo, 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 hallo. Das hört Gente in есте herkes überhaupt nicht. ... éste ist noch sehr gut. Ja, für kleine Kinder. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, die sind überhaupt nicht beeindruckt von euch beiden. Hallo! 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 Wir gehen mal rein, ne? Die gehen jetzt auch ins Offenhaus rein. Nein, das wird wahrscheinlich gespiegelt. Hallo! 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 Was macht denn da der Affe? Ja. Was hat er denn da im Mund? Was guckt der denn da raus? Na, das ist dein Kuh. Da war er noch an der Kuh rum. Das sind eben Affen, die sind reine Menschen. Es sind schon ein paar Unterschiede zwischen Menschen und Affen, auch wenn es Menschen Affen sind. Zwischen den Menschen gibt es auch manchmal so Affen. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Schon verrückter. Aber das ist mir tatsächlich noch nie. Guckt der nieder? Jawoll! Aber der ist schon grau. Ach, haben die ein tolles Affenleben. Da kittelt der noch oben raus. Sag mal unten. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das ein bisschen schlecht. Ja, das stimmt. Oder das ist dann Futter. Weißt du, kommst du noch nicht nach irgendwo? Alle beide haben sie. Oder die kauen dann in den Kühnen. Das ist so richtig. Ach so, kann auch sein, ja. Das ist Kaugummi für die. Guck mal, wie nah man hier ist, ne? Guck mal. Wenn der die auf den Arm springt, dann bist du aber platte. Der wiegt hier auch schon, ne? Und die haben so richtige Fingernäge. Ja, ja. Die haben auch ... Was haben sie, fünf? Fünf Finger? Ja, klar. Fünf, ne? Fünf oder sechs. Fünf. Fünf, ne? Fünf, ne? Fünf. Auch bei euch könnte ich mich auch auch sagen. Na, na. Aber die machen ja nicht, dann musst du schon so sagen. Ja, keine. Schau mal. Was? Sind keine fünf Finger. Fünf, ne?